doch die die er geht auch also eine alte jetzt wieder jetzt wieder oder schieber ich bin heute wieder die Zeitpunkt die wir haben das war dann komisch dann wieder mit dem geilsten Text auf der Welt eigentlich ist was sagen wir mal eine Zufallswelt ich leck wieder wie Scheiße es ist doch immer wieder toll Leute es reicht mir jetzt jetzt gehts langsam lol bitte oh äh da war grad ein Zombie mit einem verzauberten Bogen ich hab nur seine verzauberte Kappe bekommen deine Protection 2 drauf Kappe was denn du meinst Helm Helm? welch Kappe denn? Lederhelm äh ich hab keinen kannst du mir die geben? ja aber ich muss erst mal fahren ich will erst mal fahren ich muss auch grad fahren ich hab kein Essen mehr achso so so Pam wie das gleiche Prinzip wie in der letzten Folge für uns war das eben gell so so okay es dauert noch ein bisschen ich bin wieder erkältet oh jo ich hab die geilste Höhle da sind so viele Sachen grad jetzt findest du ja wieder nie ja hoffentlich auf jeden Fall ist Lazuli gefunden und Gold sehr viel Gold oh Leute geht echt ab letztere brauche ich eh nicht zu viel deshalb brauche ich jetzt nur mit der normalen ab so brauche ich eigentlich auch nicht bitte 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 Dias bitte Dias nee ok weil wir sind grad ein bisschen konzentriert weil ich will Dias finden halt einfach wieder verzogen dass er leider nichts bekommen LOL zum Glück hab ich da vor Wasser reingesetzt der Zombie hat mich fast in die Lava geschubst YOLO ja boah alter so keiner da hier haben wir keine Dias oder bitte doch bitte danke so ach schade leider nicht doch yo ich hab wieder Dias gefunden ah ist es euer scheißärzt Leute warte achso äh ich hab zwei bekommen oh shit der steht grad gut ich will seinen Bogen haben schade ich bin Level 5 ach Leute warum denn nicht mehr ach Leute also jetzt hab ich 18 Stück vom letzten Mal noch doch ich fang jetzt aus so scheiß ist das scheiß hab ich viel Lapis ist doch schön da oben da oben das Gold hätte ich gerne der so haben wir hier auch Dias ne schade aber sieht ganz nice aus du brauchst du brauchst unbedingt einen Wassereimer musst du mitnehmen achso ja damit du die Lava so verdecken kannst okay war ich noch nicht kann sein dass ich wieder Dias finde da ist ein Zombie aber nicht bei mir gold 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 ja ja geh mal weg schuldigung schuldigung den Wasserbucket schön oh fuck alter aber zum Glück das Essen heilt das ist ja wenn es keine so ich 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 grad mich immer direkt nach unten ich hab ich hab den verzauberten Bogen Power 2 alter was hab ich denn für ein Glück hier das ist unmenschlich das ist echt unmenschlich heilige scheiße da hat mich fast ein Skelett wieder da reingekickt schäm dich schäm dich mann alter mann ja ich versteh dich leute leute hier geht's richtig zur Sache sehr schön da haben wir noch Lava hier war ich auch noch nicht ich biete Dias okay wieder der Bug da hinten ist ein Creeper ähm mein Gold danke so 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 ungefähr Dias zwölf oder 13 hab's hab wieder Dias echt jetzt? hier das ist doch nicht wahr ey das ist so geil das ist so geil hab 20 Stück insgesamt das lohnt sich das lohnt sich Lapis nehm ich immer mit ah ich weiß auch wo es noch lang gehen soll hier war ich noch nicht aber da ist auch nix also brauche ich da nicht hinten da bin ich nicht reingeraten im Eisen schön aber ich hab keine Spitzhörge mehr und Redstone ja ich auch wie meine Spitzhörge noch kein Prozent Haltbarkeit verloren hat oh shit ich mach mir glaub ich hier uns jetzt neu ich hab nämlich auch Holzweh ich bin jetzt schnaß ah man hier ist nichts ich hab ja auch freuen so komm hier wollte ich hin so das war zu sparen das war zu sparen das war zu sparen das war zu sparen wenn du jetzt auch noch Dias findest ey das war ich jetzt machen wir jetzt unten oder echt machen wir unten grad alles neu oben so so da tue ich mir jetzt mal kurz das Pfeifen schmelzen hier war ich noch nicht oder? doch hier war ich schon ne neue Höhle also sorry Leute dass es so unspannend ist aber ich find's eigentlich richtig cool mir hat fast die Lava gefallen aber ich hab Lava ich hab Lava das bedeutet Gutes ja ja aber ich hab kein Wasser mit okay haben wir nochmal Redstone nicht mit da kann man gut Level fahren ich baue es trotzdem ab oh shit haben wir noch Eisen brauche ich nicht ach man hier ist nix mehr mit einem noch was? ne okay ich geh nochmal TT mine und guck nach einer neuen ich hab schon alles ausgelutscht oh man lol einfach zwei Rekorde oh fuck so ich glaube ich baue mich wieder direkt da unten ach so eklig ich mach da draus einfach so ein Highlight Video wo ich Sachen finde ach so dann mach ich so hoolette dogs out und dann wo ich sag bub dann mach ich zum Beispiel die Szene rein wo ich was gefunden hab das wird geil hab wieder Dias DIA und sehr 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 viele Alter ich hab jetzt 29 ich hab ich find also redstone cool und so weiter ach du scheiße redstone ne ich glaub hier sind keine Leute ah ne mach ich nett warte mal okay wird ne Farm Folge ich nehm einfach zu ich hab grad 12 Minuten aufgenommen ich werd mal sagen den Rest seht ihr in der nächsten Folge oder? jo dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge tschüss la 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 Bis zum nächsten Mal.